Moin Leute, heute mal wieder ein echtes German-Bürokratie-Highlight. Und zwar das Chaos um die Förderung von Luft-Luft-Wärmepumpen, aber der Reihe nach. Meine Familie und ich nutzen Luft-Luft-Wärmepumpen als extrem günstige Heizoption für unser älteres Haus. Wir haben ca. 9000 Euro für die gesamte Lösung bezahlt, also für die gesamte Heizlösung und konnten unsere Heizkosten im Vergleich zu unserer alten Ölheizung quasi halbieren. Mehr Infos dazu findet ihr hier. Dabei gibt es aber ein nerviges Problem und zwar der Einbau ist relativ teuer und man kann nur einen Teil selber machen, weil man an die Kältemittelleitung nicht ran darf, ohne einen zertifizierten Betrieb zu engagieren. Und das macht die Sache dann je nachdem wieder sehr teuer. Naja, eigentlich nicht so dramatisch, denn die BAFA will uns ja supporten und auf klimafreundliche Heizlösungen umzusteigen und das ist tatsächlich so eine klimafreundliche Heizlösung. Und deswegen gibt es rein theoretisch eine Förderung der BAFA, um diese umwelt- und geldbeutelfreundliche Art des Heizens und Kühlens zu supporten. Aber warum einfach, wenn man es auch maximal kompliziert machen kann? Sonst macht es doch auch einfach gar keinen Spaß. Ich erkläre euch heute, warum dieses Chaos entstanden ist, obwohl so ganz warum weiß ich zwar nicht, aber ich kann euch zumindest die Historie ein bisschen erzählen, denn die ist auch ganz witzig. Und ob es jetzt eine Förderung gibt und wenn ja, welche. Ach ja, und Manuel vom Kanal Familie Elektrisiert hat vor einiger Zeit die BAFA-Förderung für so eine Luft-Luft-Wärmepumpe beantragt und die Luft-Luft-Wärmepumpen dann auch einbauen lassen und ratet mal, wie toll das funktioniert hat. Aber das kann er euch gleich mal selber erzählen, das ist auf jeden Fall wieder eine krasse Geschichte. Ja, es hätte alles so schön sein können. Was die Förderung von Luft-Luft-Wärmepumpen angeht, so war bis Februar 2023 hier in Goodall Germany eigentlich alles 1a. Man konnte eine Förderung von der BAFA bekommen und dann hatte damit dann den Einbau der Anlagen quasi mehr oder weniger raus. Und ich meine, das ist doch eine gute Sache. Naja, die Anlagen mussten dann gewisse Mindeststandards haben, zum Beispiel was die Effizienz angeht, irgendwie A++++++++ oder sowas. Keine Ahnung, wie viele Plusse, wenn Plusse die richtige Mehrzahl überhaupt ist von Plus, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber egal, darum geht's nicht. Das mag ja alles noch sinnvoll sein, denn wir wollen Effizienz und das macht auch alles Sinn. Also alles okay, ne? Ich meine, so ein paar Regeln da dran zu koppeln, ist ja auch völlig in Ordnung. So, dann kam der böse Februar 2023. Und ich lese jetzt mal die Originalbeschreibung vor. Außenluft, Raumluft, Wärmepumpen wurden aus den Einzelmaßnahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude gestrichen. Grund dafür, die Dinger brauchen eine netzdienliche Schnittstelle, beispielsweise anhand der Standards SG-Ready oder VHP-Ready, also bereit für das kommende Smart Grid. Warum? Naja, die Idee ist einfach. Wenn es stürmt oder richtig viel Power am Mittag von den PV-Anlagen kommt, also wir haben wirklich so einen Überschuss quasi in erneuerbarer Energie, dann könnte der Netzbetreiber den Befehl an die Wärmepumpen geben, macht jetzt den Wasserbottich heißer und speichere den vielen Strom in Form von Wärme ab und ihr würdet dann später, zum Beispiel in der Nacht, weniger Strom für die Wärme verbrauchen, weil ihr den vorher schon im Wasser gespeichert habt. Ich mache das hier bei uns tatsächlich selbst mit meinem eigenen Smart Home System und das ist mega. Also quasi eine riesen Wärmebatterie, das macht also durchaus Sinn. Okay, aber inwiefern das für Luft-Luft-Wärmepumpen Sinn macht, das sei mal dahingestellt, denn die Dinger haben ja keinen Wasserbottich. Die Hauswände kann man praktisch gesehen zwar auch als Wärmespeicher sehen, ist jetzt aber ein anderes Thema und ein bisschen komplizierter, da man da ja irgendwie relativ konstante Temperaturen anstrebt, also man will ja nicht andauernd drauf und runter da im Raum und so ein bisschen weniger Spielraum hat, das Ganze als Wärmespeicher zu nutzen. Aber gut, lassen wir das mal. Fakt ist, die Luft-Luft-Wärmepumpen sollten jetzt so eine Schnittstelle haben, ansonsten gibt es keine Förderung. Klar, sofort die Frage, hat die Luft-Luft-Wärmepumpe, die ich jetzt bestelle, diese Schnittstelle ja oder nein? Ja, das Chaos war perfekt, denn selbst Leute, die sich intensiv mit dem Thema Luft-Luft-Wärmepumpen beschäftigt haben, also zum Beispiel so wie ich, oder Dr. Stefan Holzeu, waren der Meinung, die Förderung ist weg. Ich dachte das auch tatsächlich, das war mein letzter Stand. Dr. Holzeu fragte deswegen über Twitter beim BMWK nach, ob es nicht sinnvoll wäre, die Förderung wieder zu aktivieren. Tatsächlich haben die dann auch geantwortet und zwar das folgende. Gefördert wird die Errichtung sowie die Nachrüstung von effizienten Wärmepumpen sowie die Nachrüstung bivalenter Systeme mit Heizwärmepumpen. Entsprechend sind auch Wärmepumpen förderfähig, die einen bestehenden Kessel ergänzen. Luft-Luft-Wärmepumpen sind förderfähig, wenn sie mindestens eine Effizienzklasse A++ erreichen. In der BAFA-Liste werden Anforderungen an Förderungen von Luft-Luft-Wärmepumpen erläutert und förderfähige Geräte gelistet. Kurzer Einschub. Gelistet sind in dieser Liste nur zwei Geräte, die ich persönlich noch nie gesehen habe und nicht kenne. Aber okay. Hilft also nicht wirklich. So, weiter geht's. Aber bei Einhaltung der Förderbedingungen sind auch nicht gelistete Geräte förderfähig. Alle gelisteten Anlagen können die Bedingungen erfüllen. Generell gelten die Bedingungen der BEG-Einzelmaßnahmen, Richtlinie, insbesondere der technischen Mindestanforderungen. Die Richtlinie ist hier verfügbar. So, und die Richtlinie hat ja nur entspannte 30 Seiten und sieht halt so aus. Ich meine, keine Ahnung, was soll man denn jetzt damit? Die Antwort war zwar inhaltlich richtig, aber verstehen tut's, glaube ich, echt kein Mensch. Also ich hatte echt meine Probleme damit. Und bevor ich jetzt zur Auflösung des Mysteriums um die Förderung von Luft-Luft-Wärmepumpen komme, erzählt euch Manuel erstmal ein bisschen, was er beim Beantragen alles erlebt hat. Denn das kann sich auch wieder kein Mensch ausdenken. Jo, hi Andreas und liebe Zuschauer des Akkudoktors. Ich bin Manuel von Familie Elektrisiert und habe mich letztes Jahr auch damit beschäftigt, wie wir mit unserer Familie die Heizkosten senken können, beziehungsweise fossile Brennstoffe einsparen können. Unser Haus haben wir 2020 bezogen. Es handelt sich um ein Zweifamilienhaus, wobei wir die beiden Etagen mit Flüssiggas heizen. Wir haben da so extra so einen Tank im Garten stehen. Wie ihr hier seht, sind die Heizungsleitungen, die ins Obergeschoss führen, also aus dem Keller, nicht so richtig gut gedämmt. Und so kam ich über die Videos von Andreas im Sommer 2022 auch auf den Trichter, die zwei Kinderzimmer und unser Schlafzimmer im Obergeschoss mit Klimaanlagen auszustatten. Nötig war dann eine Monosplit- und eine Duosplit-Anlage, da die Kinderzimmer und das Schlafzimmer jeweils auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses liegen. Somit konnte ich nicht nur ein Außengerät für alle Räume nutzen. Da ich die Montage nicht alleine erledigen konnte und auch keinen Menschen mit Kälteschein kenne, habe ich mich entschlossen, eine Firma zu beauftragen, das Ganze umzusetzen und dann auch die Förderung der BAFA in Anspruch zu nehmen. Damals gab es im Rahmen des BEG EM für Luftwärmepumpen bis zum 14. August 2022 noch 35% Förderung, wie ihr hier auf dem Schaubild sehen könnt. Und ab dem 15. August sank die Förderung dann auf 25%. Ich hatte dann über MyHammer mehrere Angebote eingeholt und von 4.000 bis 9.000 Euro war alles dabei. Es waren so ca. 6-7 Handwerker hier vor Ort. Leider war die Anlage des günstigsten Anbieters, ich bin leider immer so ein Sparfuchs, nicht in der Liste der förderfähigen Geräte. Durch Unterlagen, die er mir zur Verfügung stellte, sollte es aber seiner Meinung nach dennoch klappen. Um es kurz zu machen, mein BAFA-Antrag vom 4. Juli wurde abgelehnt. Dann war etwas eiler angesagt, aber ich konnte noch rechtzeitig vor dem Ablauf der alten Förderung, der 35% das Angebot eines anderen Anbieters einreichen, wo die angebotenen Anlagen von Daikin auch direkt in der Liste der BAFA standen. Ich hätte die Maßnahme nun direkt umsetzen können, wollte aber unbedingt abwarten, ob mir die 35% Förderung auch genehmigt werden. Und am 25. November war es dann endlich soweit. Als ich den Dienstleister dann beauftragte, waren die Gerätepreise mittlerweile gestiegen, so dass der Rechnungsbetrag nun 6.775 Euro betrug, statt der 6.399 Euro, wie im ursprünglichen Angebot, aus dem Sommer, mit dem ich auch die Förderung beantragt hatte. Die Förderungssumme von 2.239 Euro änderte sich aber nicht, so dass es nun nicht nur 35% Förderung waren, aber immer noch immerhin 33%. Die Geräte haben dann 4.511 Euro gekostet, das Installationsmaterial belief sich auf 765 Euro und die Montage hat 1.499 Euro gekostet. Grob gesagt habe ich die Geräte bezahlt und mir den Rest fördern lassen. Am 14.12. wurde die Anlage dann installiert und die Unterlagen konnte ich dann am 15.12. bei der BAFA einreichen. Das große Aber bleibt allerdings, denn der Förderungsbetrag ist noch nicht eingegangen. Dafür allerdings gestern und wirklich gestern ein Brief von der BAFA. Nun ja, was stand da drin? Da stand drin, dass bei den Daikin-Anlagen nun doch so ein bisschen die Frage ist, ob das wirklich förderungsfähig ist. Ja gut, schön, dass denen das nach sechs Monaten dann irgendwann mal auffällt, aber sie haben mir halt geschrieben, dass diese Anlagenkombination jetzt doch nochmal geprüft werden muss. Ein Träumchen. Falls es dann doch nicht förderfähig sein sollte, also wie gesagt, die Anlagen standen in der Liste damals drin, hält Daikin wohl eine besondere Lösung für mich bereit. Wie das dann wirklich ausgeht, werde ich dann auf meinem Kanal berichten, vermutlich 2027. Zurück zu Andreas. Ja, danke Manuel. Er hat übrigens auch einen YouTube-Kanal namens Familie elektrisiert und berichtet da so ein bisschen über die Erfahrung seiner Familie mit E-Autos, Photovoltaik und alles, was ein Stecker hat. Ich persönlich finde es ganz cool, weil es halt so real life ist. Ich mag sowas halt immer, wenn es so ein bisschen aus dem Leben gegriffen ist. Schaut einfach mal rein, lasst ihn gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Also, lohnt sich. Ja, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit der Förderung? Ihr merkt schon, das hat die Recherche überhaupt nicht so ganz easy, aber so ganz kurz und knackig. Ja, falls, also die Förderung gibt es noch tatsächlich und ihr bekommt die auch, wenn der Hersteller alle nötigen Voraussetzungen erfüllt. Und zwar die folgenden. Es muss Netzdienlichkeit gegeben sein, so wie ich es oben erklärt habe. Dann muss die Wärmemengenmessung nach den EN 12831 bei Blatt 2 gegeben sein. Und noch zwei weitere Anforderungen, nämlich die Jahre als Arbeitszahl muss geschätzt werden und der hydraulische Abgleich muss entfallen. Okay, die zwei Punkte haben aber für Luft-Luft-Wärme-Kunden-Pumpen keine Bedeutung, deswegen sind die wenigstens mal raus. Alles klar soweit? Ja, ganz bestimmt, ne? Wie findet ihr jetzt heraus, ob diese Anforderungen erfüllt werden oder nicht? Und tatsächlich geht das nur beim Hersteller selbst. Zum Beispiel Panasonic hat auf der Webseite es echt gut erklärt und auch selber aufgezeigt, welche Geräte von denen okay sind, also welche diese Anforderungen erfüllen oder halt auch nicht. Und ansonsten müsst ihr jetzt wirklich beim Hersteller anfragen. Es ist leider echt nervig. Also das war, finde ich, insgesamt nicht so eine richtig gute Sache. Fazit. Sagen wir es mal so, Kommunikation war hier wohl eher so, wie sagt man das? Sie waren stets bemüht. It's bullshit, dude. Aber viel wichtiger ist für mich eigentlich der Punkt, es gibt grundsätzlich diese Förderung noch. Und wie gut das jetzt mittlerweile funktioniert, muss ich zugeben, habe ich keine Ahnung. Manuel hat mir jetzt hier eher wenig Hoffnung gemacht, aber probiert es einfach aus und lasst uns hier ruhig Stress machen. Ich denke, vielleicht ist da nochmal ein bisschen einlenken und das Ganze ein bisschen einfacher wird. Falls ihr aber selber irgendwie Erfahrungen gemacht habt mit dieser ganzen Fördergeschichte, dann meldet euch, schreibt mir ruhig. Ich fände es ganz interessant, das mal zu erfahren. Das kann ich dann möglicherweise auch weitergeben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.